Hallo, ich hoffe ihr seid alle gesund. Hier habe ich 5 Hörbuchtyps für den Lockdown. Alle diese Hörbücher habe ich selbst noch nicht gehört, werde sie mir aber in den nächsten Wochen anhören. Wer meinen Kanal verfolgt, weiß inzwischen, ich höre so 30 bis 50 Hörbücher pro Jahr. In meinem Kanal stelle ich neue Hörproben vor und von allen Hörbüchern, die ich selbst gehört habe, stelle ich eine kurze Rezension ein. Genug geredet, jetzt geht's auch gleich los. Und noch ein Tipp, in der Beschreibung habe ich Links, einmal zu Audible und dann zu meinem Portal. Dort findet ihr einen Preisvergleich, wo ihr euch die Hörbücher am günstigen bestellen könnt. So, ich habe 5 Kategorien. Krimi, Psycho, Thriller, Cosy Crime, was Lustiges und ein Sachbuch. Tipp Nummer 1, Genre Krimi. Böses Blut von Robert Galbraith. Der fünfte Fall für Command Strike. Es ist eine Krimi-Serie von J.K. Rowling. Bisher habe ich alle Bücher gelesen, gehört und zum Teil auch in Englisch. Ich kann die Serie wärmstens empfehlen. Sie gehört definitiv zu meinen Lieblingsserien. Zu den bisherigen Folgen kann ich sagen, es handelt sich um einen typischen Detektiv-Roman mit Entrigen und einigen Wendungen. Ich mag den Schreibstil. Der Autor orientiert eine bildhafte Ausdrucksweise und auch das Zwischenmenschliche und die sozialen Beziehungen der Charaktere kommen nicht zu kurz. Das Hörbuch werde ich mir als ungekürzte Version zulegen. Dieses geht 32 Stunden und 42 Minuten. Darauf freue ich mich riesig. Tipp Nummer 2, Psychoschüler. Ich bin ein großer Fan von Sebastian Fitzek. Sein neustes Werk, Der Heimweg, habe ich immer noch nicht gehört. Ich liebe die Wendungen in seinen Storys und diese psychologische Spannung. Es ist so, als erlebe man die Situation selbst mit. Das schaffen nur ganz wenige Autoren. Zur gruseligen Stimmung trägt auch der Hörbuchsprecher Simon Jäger mit seiner tiefen, aber angenehmen Stimme bei. Eine Hörprobe zu Der Heimweg habe ich euch hier verlinkt. Das Hörbuch werde ich mir als ungekürzte Version zulegen. Dieses geht 8 Stunden und 36 Minuten. Tipp Nummer 3, Cosicrine. Ja, den Tipp habe ich von meiner Frau. Sie mag keine brutalen, blutigen Thriller. Ihr Gefallen humorvolle, spritzige Dialoge. Sie hat bereits zwei Bücher der Serie Ein Fall für Gemasch gelesen. Ich sollte mir unbedingt eins der Serie anhören. Bisher gibt es sechs Bände. Die richtige Reihenfolge habe ich in der Beschreibung hinterlegt. Ich weiß noch nicht, ob ich mit Band 1 oder Band 6, der jetzt im Dezember 2020 erschienen ist, anfangen soll. Louis Penny schreibt ihre Cosicrine-Serie auf hohem sprachlichem Niveau. Sie vermittelt eine angenehme Atmosphäre im idyllischen Three Pines. Und doch geschehen Motte. Gemasch ist ein Ermittler mit einer ruhigen und klugen Herangehensweise. Nicht so, wie man es aus den schwedischen Krimis kennt, wo die Ermittler entweder an Alkohol oder sonstige Probleme haben. Vielleicht kennt ihr die Serie ja schon und habt einen Tipp für mich, mit welchem Band ich anfangen soll. Tipp Nummer 4. Humor. Ein weiteres Hörbuch, das ich mir gerne anhören möchte, ist Der Masai, der in Schweden noch eine Rechnung offen hatte. Von Jonas Johansson. Was uns erwartet, ist eine absurde und humorvolle Geschichte mit bunten Charakteren. Die Handlung ist bizarr und unvorhersehbar. Ich habe mir die Hörprobe angehört und das ist genau der Humor, den ich mag. Bestsellerautor Jonas Johansson ist bekannt durch seinen Verkaufsschlager, der 100-Jährige, der zurückkam, um die Welt zu retten. Ich denke, mit seinem neuen Hörbuch macht man nichts falsch. Das Hörbuch werde ich mir als ungekürzte Version zulegen. Dies hat eine Laufzeit von 10 Stunden und 14 Minuten. Tipp Nummer 5. Sachbuch. Auf meiner Zuhörenliste steht noch die Autobiografie von Barack Obama, Ein verheißenes Land. Es ist ein fesselnder und persönlicher Bericht. Dabei nimmt Barack Obama kein Blatt vor den Mund. Mit persönlichen Worten beschreibt er seinen politischen Werdegang. Ich erwarte mir auch einen Einblick in seine Arbeit, was ihn bewegt hat und erhoffe mir etwas über den zukünftigen Präsidenten Joe Biden zu erfahren, der ja unter Obama Vizepräsident war. Von Michelle Obama gibt es seit längerem auch ein Hörbuch. Auch das habe ich mir noch nicht angehört. Etwas abschreckend ist vielleicht die Laufzeit von 38 Stunden und 15 Minuten. Aber gerade deshalb erwarte ich mir einen besonderen, aufschlussreichen Einblick in die amerikanische Politik. So, das waren meine fünf Tipps für den Lockdown. Ich würde mich über ein Feedback freuen. Waren meine Vorstellungen zu kurz? Hätte ich mehr erzählen sollen? Wünscht ihr euch mehr von diesem Content? Schreibt bitte eure Meinung in die Kommentare. Habt ihr noch Hörbuch-Tipps? Dann nutzt bitte die Kommentarfunktion. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr keine Hörproben und Rezensionen verpasst. Und schaut bitte in die Beschreibung wegen dem Preisvergleich. Viel Spaß beim Anhören der Hörbücher und bleibt gesund! voting oder vap steinbar Food meatVergleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bild Pare услов – Da belo:"